Mit dem Season 3 Reloaded Update wurden Zugänge zu einem Untergrundbunkerbereich unter Almasra geöffnet, innerhalb von DMZ. Es gibt vier verschiedene Eingänge, einer bei Tarek Village unter der Brücke, einer bei Almasra City im Parkhaus, einer ist im Untergrundbereich bei Rohan Oil und einer ist in den Ruinen über Rohan Oil. Man muss jeweils ein kleines Rätsel lösen, um in die Bunkeranlage zu kommen. Es gibt ein kleines Wasserlabyrinth, durch das man tauchen muss. Es gibt ein Gasrätsel, bei dem man Tore schließen muss, damit man nicht vom Gas stirbt. Und es gibt die Möglichkeit auf Bots zu stoßen, die man töten muss. Dann braucht man eine Autobatterie und ein Kabel. Und damit kann man dann die Bunkertür öffnen. Und auf der anderen Seite wird man von ganz vielen Gegnern erwartet, von Botgegnern, von echten Gegnern und von zwei Bossen. Vom Nashorn und vom Sniper. Okay, ich packe sie rein. Jetzt müssten wir den Knopf. Ja, jetzt können wir die Öffnung, ja. Okay, dann Nachtsichtgerät und aufpassen. Du sagst Nachtsichtgerät direkt an, ja. Ich mache es jetzt schon mal drauf. Hier können jetzt echte Leute sein. Ja, auf jeden Fall sogar. Also du brauchst ja Nachtsichtgerät hier, das ist ja gar nichts. Ohne. Ja, ich muss es mir mal ohne angucken. Habe ich noch gar nicht gemacht. Okay, ja. Ist schon nicht schlecht. Wie schlecht nix. Ey, hier ist so ein Gang, guck mal. Uh. Ja, da führt uns nichts. Ich habe mich kurz gefreut. Oh, hinter uns Schütze. Das klang nach echten. Au. 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 Ja, hier hinter, ne. Die müssten das noch aufmachen. Oh. No way. No way. Bitte, die machen das auf. Ich gebe die andere Seite. Ich habe einen mittleren Rucksack für dich, falls du noch keinen hast. Ich habe einen großen. Okay. Ich schmeiße ihn mal hin. Warte mal, ich kann hier die Bunkertür öffnen. Wait, was? Aber die sind doch da jetzt nicht einfach, oder? Ist doch irgendwas für uns. Das wäre so lustig. Doch, die sind da. Einer genockt. Habt ihr den rausgenommen? Oh, Full Stunt. Ich glaube das mal. Ah, Nachtsicht mal ausziehen. Ja. Oh, das ist ja so fies. Die wollten da gerade noch ihre Missionen machen. Nate, aufpassen. Nochmal einer knockt. Beide dann. Nice. Ja, ich finish die. Ja, ja, finish rein. Okay, ist doch. Geiles Ding. Ja. Yippie. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken, ob wir so einen Schlüssel finden. Ich würde auf jeden Fall gerne in dieses nächste Gebäude. Die Frage ist halt, also ein Schlüssel wofür? Wo kommt der denn hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube wir waren, hat es noch einen Eingang, oder? Nee. Nee, nee, nee. Ah ja doch, hier geht's rein. Aber, also, ne, wo kann man denn hier den Schlüssel finden, ist die Frage. Ja, das frage ich mich auch. Uns wird ein Aufzug angezeigt, stimmt. Also, wir sind auch gerade an einem vorbeigelaufen. Ich glaube, wir müssen da hin. Aber der wird ja da angezeigt sogar. Ja, lass da hin. Oh, ich bin wieder zu schnell. Bisschen langsamer. Da ist ein echter Spieler. Alter down, Alter down. Ich muss mich kurz hochheilen. Ich habe keine Platten mehr, scheiße. Einer liegt da, aufpassen. Einer knockt. Schauen. Das war ein Bot. Von hinten kommt auch noch mal einer. Nein, ich habe einen. Oh mein Gott, ich habe ihn umgebracht. Nein, nein. Ich wurde geboxt. Von einem Bot. Ja. Nein, hinten ist noch einer. Ich bin so low. Ich muss kurz weg. Ich bin ein HP. Das ist jemand, der in den Fahrtstuhl rennt. Ich habe eine Termin reingeworfen. Nein, okay. Nein, das ist ja gemein. Als ob du das gemacht hast. Okay, hier sind richtig viele Platten. Okay, also der Aufzug wurde angezeigt, weil da Leute extrahieren wollten, oder? Drei Platten mit irgendwas anderem. Verbesserte Drohne. Au, 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 au. Fabin. Da ist irgendetwas. Echter, echter. Einer raus. Nice. Eilen nicht vergessen. Ja, da ist noch jemand. Ich habe keine Platten mehr. Stunt auch rein. Aber auf jeden Fall Stunt. Shitbreak. Stunt nochmal rein. Oh, die haben auch gestunt. Einer ist direkt hier links, ne? Ja. Ich muss nachladen, leider. Nein, Bombendrohne. Oh Gott. Ich hau ab. Ey, ohne Platten ist halt so dumm. Weg, ist weg. Schön. Also, dass ich jetzt gegen Bots kämpfen, ist halt nervig. Ich weiß nicht, ob der da abhauen kann, oder so. Oh, ich klau dir gerade die Platten hier. I'm sorry. Hier links, glaube ich. Ich habe dir noch zwei hingeworfen. Holy shit. War das ein Gegner? Ne, ne, Bots. Drei Stück. Aber hier ist der echte. Ja. Ich habe dir Platten hinter dir gelassen. Nochmal einer nockt. Aber hier sind echte. Shitbreak einen. Noch einen nockt. Noch einer nockt. Ich glaube, das war es. Fabrikleiter Schlüssel. Ah ja, das ist er. Ist er das? Ja. Okay, wo müssen wir hin? Lag dir da einfach. Ja. So in, quasi da, wo man so ein bisschen reinklettern muss. Okay. Dann gehen wir zu so einem Ding. Jetzt hier links. Genau, da hast du den anderen Schlüssel reingesteckt. Ja, waren ja mehrere Eingänge. Ja. Schlüssel einstecken. Ah ja, perfekt. Oh no, oh no, no. Ich ziehe jetzt mein Ding hier ab. Nachte ich. Oh Gott. Da ist ein Geschütz direkt. Ja. Kann man schon abziehen, meinst du? Okay, hab getroffen. Müsste gleich weg sein, oder? Jetzt. Okay, nice. Komm, ich ziehe jetzt mal ab, das Ding. Ja, hier geht es wahrscheinlich richtig weiter, ne? Ey, es wirkt grad so, ne? Das sieht nach Gegnern aus. Alter, das sieht... Warum ist hier keiner? Übersicht unübersichtlich groß aus. Büromemo. Oh! Oh, hinter uns! Oh, was? Hilfe! Oh mein Gott, hat sich wieder zusammengezuckt. Oh ja, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Ah ja, jetzt kommen sie wirklich alle. Ich hab' nicht so richtig nen Überblick, wie wir uns gut positionieren können hier. Ah, hier, ich hab' noch nen Schlüssel für ne zweite Tür. Und ne zweitere? Fick dich. Komm jetzt hier lieber mal hoch. Dann hatte ich doch den falschen Schlüssel anscheinend. Ne, aber, ne, da steigt dir ja ein Schlüssel drin, da wo du dran warst. Aber hier ist jetzt dieses L2-Sperrgebiet und dafür hab' ich nen Schlüssel. Ha! Elf Minuten leider nur noch. Jetzt müssen wir uns halt schnell umschauen. Gefahr hoch. Oh mein Gott, Schild! Äh, okay. Ich mach's an rein. Du bist dann im Schildspiel einfach vorbeimarschiert. Ja, ja, wegen des dann. Da ist ja immer der Trick dabei, ne? Shit, das sind die richtig dicken Typen, ne? Ja, die sind gut, die sind gut. Jetzt zeig doch mal deinen Kopf, Mann! Ey, da kommt noch mein Schild. Okay, ich geh' hierhin rum. Hä, haben die nen Sniper da oben? Hey, haben wir... Warte mal, wir haben den Typen nicht erschossen. Kannst du den erschießen? Der guckt auf mich. Ja, warte. Ja. Danke. Ja, wir sind auf jeden Fall richtig. Guck dir das hier mal jetzt mal an. Das ist ja richtig cool. Ich seh' niemanden und auf einmal ploppen da sieben Köpfe auf oder so. Einen hab' ich. Ich spring' runter. Ich komm' mit dir. Gefahr hoch, oh. Nashorn und der Scharfschütze, dicker, was? Ah, hier steht ein Gegner. Ah ja, das ist der Boss. Das muss der Boss sein. Der hat richtig getankt. Ich hab' ne Muni-Plattenkiste bei mir. Äh, genau, da war ich. Oh Gott, ich glaub ich... Ja, das ist das neue Gebiet. Was ist denn der jetzt? Ich will ihm ne Bohrladung hinschmeißen. Ich hab'n Termin. Oh, der ist auf mich zugesprittet. Aufpassen. Aber zwei Kletten. Oh, der hat übel kassiert, aber lebt noch. Der ist hier. Er kommt, er rennt. Ja, ja. Das macht echt Spaß. What the fuck? Hast du ne Muni-Kiste zufällig? Nicht mehr. Wir haben die eben verwendet, falls dich erinnert. Äh, ich mag den nicht. Und wir haben jetzt auch Sniper, ne? Aufpassen, die roten Lasers. Ja, ich seh's. Ich hab' hier nen Raketenwerfertypen vor mir. Hast du den schon tot? Jetzt. Ja, okay. Wo ist'n der Typ? Äh, er leuchtet grad. Ah, wir haben ihn. Du hast ihn. Oh, ich hab' ihn schon. Der, die neue Waffe ist totaler Quatsch. Anscheinend muss ich's hier doch mal spielen. Ich brauch da ne Hilfe. Oh mein Gott, ja. Ebenso. Also, die sind grad neue gespawnt, deswegen, ne? Oh, über uns der Sniper. Ja, dem, das ist jetzt unser nächstes Ziel, ne? Aber da sind so viele Gegner jetzt gerade. Stun rein. Oh. Die haben mich gestuckt hier fast. Ja, man sieht den Sniper auch oben die ganze Zeit. Ja. Ja, wir haben grad richtig gut geleert hier. Ich glaub, wir können jetzt durch. Ja, wenn wir's, wenn wir den erwischen könnten, ne? So insgesamt. Komm, gib mir Muni. Okay. Okay, jetzt sind hier ganz viele fallen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich glaub, hier direkt am Eingang, genau. Die entschärfe ich. Abenteuer Dauerfeuer. Und jetzt hier rechts, was macht man dagegen? Hier, da muss man runterroppen. Ah, das dahinter, kann man das einfach dahinter abknallen? Oh shit. Ist direkt vor dir hier. Entschärftes. Okay, du müsst durchkommen. Hier sind noch mal ultra viele Fallen, aufpassen. Ja. Und ich seh nichts. Warum haben wir jetzt da raus? Ich weiß nicht, ob wir vielleicht zu viel einfach abschießen können. Weil ich probier mal ganz kurz, ob das geht. Ja. Nein. Wir haben grad hier nur den einen. Ja, das ist der Sniper. Ja. Ich muss mir kurz platten können. Ich glaub, den hat, also wenn wir das richtig machen, haben wir den Pass auf, genau. Sonst. Only Headshots, let's go. Oh, ja, 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 ja. Keine Chance, oder? Ist er grad abgehauen, sag mal? Ja, aber hier vorsichtig geht's weiter mitfallen. Der zieht sich immer weiter zurück. Der hat sofort programmierte Stellen, glaub ich. Ein anderes Team extrahiert, okay. Das ist sogar gut für uns. Danke, Jungs. Nate, Nate, Nate. Also läuft super, würd ich sagen. Ich heil mich kurz. Da sind einige Gegner. Auch mit Raketen. Oh mein Gott. Ich hab keine Panzerung mehr. Eine kann ich dir droppen. Liegt hinter dir. Danke. Hier ist wieder eine Falle. Entweder ist er tot oder weitergelaufen. Nee, der ist da noch. Der Fakt. Hier ist auch nochmal irgendwie ein Tor. Da haben wir noch keinen Schlüssel. Er ist tot, ist tot. Nice, okay. Oh. Hä? Warum hat das mich erwischt? Hast du einen selbst? Nein. Dann war's das. Dann war's das.